hi im bett mit barbara so treffen wir uns wieder an dem hochlüblich schönen süßen bettplatz und fragen uns worum es diesmal geht worum geht es diesmal ja um nichts toll klasse drei punkte zehn punkte 20 punkte naja bei 1000 punkten werden wir uns erstmal verständigen und sehen uns weiter an was wir eigentlich nicht machen wollen guten tag erstmal zu mir selbst bin ja noch da und ich lebe noch ich bin noch gar nicht tot denn ich bin ja immer noch am labern also die hoffnung stirbt zuletzt und also die fünf minuten sind eine gute einteilung es ist jetzt der dritte der vierte aufnahme bereich und ich werde mal überlegen kann ich da ein thema nehmen irgendwo ein thema aussuchen aus dem abgründen der ewigkeit und dies heranzherren so mit mit den händen heranzherren kommst du her oder gehst du dahin weiß noch keine ahnung was genau ist alles das sehe ich also die welt ist wirklich merkwürdig ähm ja ich weiß gar nicht wie spät wir es jetzt haben irgendeine uhrzeit werden wir schon haben oh ja ein uhr zwei uhr mitten in der nacht die nacht der nächte und dann kam er und ging vorbei und war verschwunden und nie wieder gesehen also ich hab wieder mal kein thema ich rede vor mich hin lasse das an mir vorbeischwirren das was ich nicht sagen will ah und hoffe und ich hoffe dass ich nicht auffalle wenn ich aufgefallen bin dann sehe ich mich nämlich wieder wenn ich mich sehe weiß ich dass ich da bin und wenn ich da bin ist das ja ganz entsetzig da muss ich mich ja mit mir beschäftigen weil ich ja da bin ich bin lieber nicht ganz da dann nicht wahr dann ist man nicht da man braucht sich nicht zu beschäftigen man ist nicht der gute oder der böse sondern man ist einfach nur nicht da aber wo ist man dann wenn man nicht da ist und man sagt tatsächlich jemand ist nicht ganz da ja aber ich meine wenn dann die die da sind sagen sie sind da wo sind sie denn da wenn die anderen nicht da sind oder nicht ganz da sind wo sollte man denn sein wenn da die regel ist bin ich bestimmt nicht da wo die regel ist sondern ich bin immer hinter der regel hinterher und gucke sie mir genau an und sage ich ja scheiße die regel ist ja keine regel sondern das ist ja eine fessel das ist ja ein sklavenhals war diese regel ja aber ohne regeln würde das soziale system nicht laufen völliger quatsch die reichen haben keine regeln die machen die regeln und sie umgehen die regeln nutzen die regeln aus und das volk ist in den regeln gefangen naja das ist ja wie immer das ist ja nichts besonderes wir werden verarscht und merken es gar nicht und wenn wir dann denken wir werden verarscht sagen die das ist eure ärsche sind das wir haben damit nichts zu tun wir kriegen nur von euch die überschüsse und die lebensschüsse und die beischüsse wir haben riesen schüsseln da packen wir das alles rein packen es in die keller und ihr seht gar nichts mehr davon denn ihr habt es uns ja freiwillig gegeben denn ihr seid ja alle da wir sind ja nirgendwo wer sind denn wir und die und ich und es es ist das kind das kind im manne und der Mann ist keine Frau das ist eine logische Verkettung also eigentlich reicht mir das jetzt für heute das ist völlig unsinnig völlig an den Haaren herbeigezogen völlig ohne eine Daseinsberechtigung existiert es trotzdem und das müsste man eigentlich der Polizei melden aber die Polizei ist so beschäftigt mit Migranten, Immigranten, Exigranten und sonst welchen Granden jetzt möchte ich nicht grantig werden wieder dieses Thema heranziehen sondern ganz einfach habe die Ehre von Hatten wir treten auf Hängematten und äh